Hallo Leute zusammen und schön, dass ihr mit dabei seid zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront Ja, ist mega witzig, ne, wie ich hier am Upgrade schon bin Ey Leute, wir hatten gerade die schlimmste Runde meines Lebens hinter uns Ja, ich hatte zu 18.8, ist alles vollkommen vertötbar, hab vierte Kills gemacht, alles voll verständlich, aber ohne Witz Leute, ich hasse dieses scheiß Spiel Ah, ne, ja, herzlich willkommen, genau Herzlich willkommen Leute, bei einem weiteren Part von ICH HAB KEIN BUCK Wirklich? Eigentlich wollte ich mich ja unter Kontrolle, aber Bokorn hat gesagt, das spielt keine Rolle bei der Aufnahme Ja, Gimso ist gerade voll ausgeflitzt, das war lustig Ich will endlich weiter töten Ohne Witz, es war so befriedigend zu sehen, wie wir das im Gehirn gespielt haben und dieser Schefftransporter abgeschossen wurde Ja Alle Frauen und Kinder darauf sind gestorben, ey Ach, naja, süß Das war so die Befriedigung, ohne Witz Leute, da waren Menschen dabei, da frage ich mich, warum haben die ein Existenzberichtigung? Hehehe Äh Alter, ich muss, das Problem ist, ich will diese Scheiß- Ich darf Rage, ne? Ja Ich will diese Scheiß-Tüche ne? Ich will diese Scheiß-Tüche ne? Ich mach fort dafür noch einen Headshot Leute, ich hab die Kills ganz schnell gemacht bei meinem schmiken, pieken T21B Und ich hab auch die Cycler-Gewerk-Kits ganz schnell gemacht, ansonsten war die Kill-Serie natürlich direkt dabei, keine Sorge Leute, das packe ich locker Aber wie soll man in diesem Spiel Headshot zu machen in der zur besten Perspektive? Du zieh jetzt auf den Kopf und du machst keinen Kopfschuss Hatte ich das nicht letzte Folge auch gesagt gehabt? Ja Ich versuche seit 10.000 Matches das hinzukommen Und tu es auf, um mich zu snacken Ich komm raus zu Säurenverstecken, ihr seid die Angriffe, wir sind die Verteidiger, warum greift den nicht an? Da ist er Da ist er Komm her Ob ich mich freuen werde, das Blut an meinen Händen zu Nein Ich freu mich schon so sehr zu sehen, wie das Blut dieser Imperial stimmt an meinen Händen klebt Da ist er Äh, warum fährst du mit der Rakete auf mich? Hör mal Ja, ich hab's gestorben Leider nicht mit meiner Achte Scheiße, ATSC Werden alle sterben Wo? Wo ist der? Der direkt vor dir Ich möchte ihn sehen Oha, da ist er, Leute, mach doch Ja Ja, stimmt Was machst du bei einem X-Wing? Den Cränker, die Katze tank für das Arsch Wow Pass auf, Gondi, die Sniper holz, Sniper zurück Mann, ich Sniper schlecht Ah Ich komm grad nicht auf diese Schicksals Headshots zählen übrigens auch mit einem Impulsgewehrgrenze, ja? Ja, ich weiß, aber ich bin so schlecht Komm her, du kleiner Laufenschack, Alter, was für ein Narbe, du hast den Tod so was von verdient Klappenchack Mann, ich mach keine Headshots Mann Ich snipe auf jeden, ich schiesse sogar auf der EE3, einer Waffe mit der ich sehr produzieren kann und mit der ich natürlich sehr viele Kids mache, zum Wohle des... Äh, ich wollte gerade Peron sagen Fuck Ja, da, guck mal, guck mal, das ist alles nur für uns beide, wir sind einfach zu gut Ja, der AT-AT, genau, der Computer, genau Der zieht nur mich Ja, klau mit den X-Wing vor der Nase, also sind die verdient Kriegt man für X-Wings eigentlich auch Kopfschussboni, äh, Boni? Was für Kopfschussboni? Ich will nur einen machen Meine Fing... Nein, wieder kann ich Kopfschuss... Scheiße, ATS-10 Du dummer, keine Nase Du siehst, ich zerbrech an diesem letzten Kopfschuss, den ich machen muss Ich, ich pack das nicht, Clorni Das schaffst du schon mal so Oh, da vorne ist Melchetti Alter, die sind hier vorbei, die... verpisst euch die Imperium-Sordaten Ja, Kopfschuss, Kopfschuss! Jaaaa Ja, du hast es geschafft Oh, ja, jetzt zeig ich euch meine Ersche hier, wo wir sind Kommt her, komm ihr Sniper, schießt mich ab Warte, wir haben schon geplant, ich hab's nicht gesehen Ach, aber der hat, Alter, ich hab da einen Scheiß-Auftrag erfüllt Ich versteh... Oh, guck mal, ich darf mich aufregen, ne? Ich versteh... Ah, ah! Fuck it! Weißt du, was ich nicht verstehe? Ich muss diesen Scheiß-Wippe-Di-Hit-Auftrag erfüllen, damit ich diese Waffe freischalten Aber warum, warum kann ich diese Waffe nicht erstens, wie die andere freischalten mit dummen Credits, die ich locker zur Verfügung stehen habe Mit anderen... Ah! Aber auch, warum muss ich diesen Scheiß-Auftrag erfüllen? Wie kann ich diese Scheiß-Waffe nicht zu Beginn direkt eingeschaltet haben? Nein! Ich hab dieses Spiel gekauft... Du, lass mich losreden, wenn ich... Nein! Ja, wir werden... Ein Infanteriegeschütz tötet mich, nachdem ich fünf Leute töte Das ist mal wieder die KI, die mich bestraft wie ein Baum mit dem Wachs... Oh, wir können... Mann! Baller drauf, Corny! Äh... Ja, Knieblatt! Wo kommst du denn hier aus welcher Hecke? Nein, ich bin tot! Egal! Warum können wir unser ganzes Team draufholen? Ich sterbe währenddessen die ganze Zeit sterbe mit dem Team! Das ist mir schwer! Ja! Stirm! Rückkehrbohrte! Warum kriegen wir diesen Rückkehrbohrte? Das... Ja genau, Krim! Sie laufen mit! Fünf Leute sind außerhalb der Deckung! Ich stehe in der Nähe von der Decke! die überwendung das noch vieles angeboten überschicken das ist das entdecken gehen muss ja genau ich bin der einzige gegner wieder auf dem planeten oder ich gebe bonus punkte 188 mit untersprechen zwischen den worten ich werde dich verlöscht ist ja ich hab letztes letztes fall schon so angeschrien die sind ja unterwischen ich lauf mal wieder über heute der erste platz wird mir gekauft von hell screen 666 natürlich hat er eine sechste bekommen die gegner sind oben springen die runter das ist so unfair das ist einfach nicht fair ich hab so was gekehlt und dann falle ich runter wir müssen hier oben dann begreifen die von hinten an ich werde sie zerstören oh ne wir werden das nächste runde sehen da habe ich meine dlt 19x und da werde ich euch alle wunsch hatten genauso wie ich ich werde geschaffen weißt du was ich töte dir jetzt aus der duftige alter hier brauchen wir ein striper gewehr ey weißt du ich war kurz davor den aiming zu aktivieren da werde ich wieder getötet warum ey ich das ist das ist einfach nur schicksal ohne witz das schicksal denkt sich mhm du strafen wir den kleinen jungen doch nochmal aber ich hab ich hab nichts getan ich schwöre es ich hab nichts gemacht ich bin ein netter mensch man ey kann ich sag doch mal was dazu ähm Penis dankeschön oh da sind sie wieder hey du hast die der feuert auf mich sturmtruppen gesichtet wir haben die ablinksstation ich weiß nicht was ich falsch mache das ist ich mit AT-ATs dem ey komm ich bitte nicht meine rage setzen mit einem yeah oh oh da ist einer oh da ist einer mal komm ich haha witz简直 da waren zwei kills für mich zwei und sind uns hier gewesen die waren für mich bestimmt ohne witz ich hab sie mir verdient wir haben die ablinksstation aktiviert gute arbeit letzte gott lasst mich diesen ein sturmtrupple noch töten Ja! Steppenhochersmu1988! Ist hier die? Nein! Fuck, schon wieder einer. Es war ein Computer. Deswegen ist es ein richtiger Spieler gewesen, dann hätte ich ewige Rache schwören können und ich hätte seine Familie einfach ausgerottet, aus den Geschichtsbüchern getilgt, bis sich niemand mehr an seinen Namen erinnern wird, aber nein. Wir brauchen Luftunterstützung! Da oben bist du hier am Snipern? Wo? Da habe ich doch keine Stunde geblattet. Ich sterbe nicht. Hä? Was bist du denn für ein Ausweicher? Wo hast du das denn gelernt? Nein! Mann, ich bin in Sicherheit. Ich muss nicht mal abreagieren, Alter. Ich komme gar nicht mehr auf dieses Spiel klar. Natürlich! Ich bin mit Abstand nicht mehr erster. Weil ich nur sterbe. Ist klar. Ey, Korn, ich wünsche dir einen schnellen Tod da oben, ja? Nö, ich habe Martins gerade zerstört. Natürlich! Die Schilder sind die aktiviert, greift an! Oh, kein Raufzug! Der Kampfläuter ist abzuschlafen! Gebt ihm den Rest! Geht nochmal davon aus! Komm schon! Ey, ey! Du bist mal wieder ein Russe! Scheiße! Das Durchdruck! Nach Counter-Strike Global Offensive und Lass mich in Ruhe! Scheiße! Gespawnt und tot! Natürlich! Fuences! Er heißt Fuences! Und nicht Ajax! Nein! Nein! Ich spawne! Wieder vorhin! Was ist das für ein Spawn? Schieße da an! Natürlich! Alter! Das ist schon mal ohne Witz werden! So was von verlieren! Das Imperium wird untergehen! Nein! Nicht der Russe! Ich bin raus ohne Witz! Ich hoffe, dass du in diese Hölle zurückgeschickt wirst, aus der du kamst! Dass du in deine Scheiße! Schneelandschaft von Russe wieder zurückgehen kannst! Da brauchst du kein Petter vorzuschmieren, um einen schönen Shooter zu haben! Dann kommt das echte Leben mit rein! Was ist das? Was ist das? Das leckte einfach wie Sau und ich kann ihn nicht töten! Ich kann ihn aber nicht töten! Du hast Grimseritis abbekommen, es tut mir leid! Sie sind jetzt offiziell mit Pech verfolgt! Hä? Alter, wie viel hältst du aus? Alter, wo ist das Schlucken gelernt? War das in der Mutter oder? Ja wieder! Hör dich! Hör dich! Da ist ein Luftspeeder! Ich brauche ihn! Bitte! Mann! Klaue ihn mir doch nicht! Den Wanderpöbel stemmt ihn mir zu nehmen! Ohne Witz, wie heißt du? Wie heißt du? Was? Wie heißt du? Zeig mir deinen Namen ohne Witz! Lauf nicht weg von mir! Hä? Wo läufst du hin? Die Gegner sind in die andere Richtung! Kämpfe dein Land, Alter! Meine Fresse, Alter! Man kann wie sein Vaterland auch mal sterben! Das macht man nur einmal im Leben, aber das ist schon okay! Nein! Alter! Ich kämpfe gegen sechs Leute! Keiner sieht mich aber! Eine von ganz, ganz hinten! Das hat mich mit einem Zeiglager und ich wäre nur am Kopf! Boah! Du dumm! Ey! Du dummer Rebell! Warum kommst du aus Feindesrichtung? Ey! Ich schieße die ganze Zeit Rebell ab! Und kriege nicht mal Kills dafür! Ohne wird's gar nicht, wenn ihr noch einmal auf meine Kusten einhaft bleibt! Hallo! Würdest du bitte... Hallo! Eine Potion sterben zu mitnehmen, bitte! Danke! Nein! Nicht für mich! Für dich! Ach! Achso, du bist eine Freundin! Attacke! Hä? Warum treffe ich dich? Was bin ich für ein Nu? Natürlich gebe ich den Kind in letzter Sekunde ab! Es ist ja ein Teamspiel, ne? Ja! Nein! Ich kann gerne Kills abgeben! Du hast dir die verdient! Ich meine ganz ehrlich, du dumme Rebellen mit dem irgendeinem Namen, den sich keiner merken wird! Du hast dir den Kind abgeben! Commander Skywalker ist eingetrafft! Na komm! Deckel geht mir! Bitte Leute! Ich werde den Typen im Geschütz vernichten! Ich werde den Typen im Geschütz! Er tötet mich! Mr. Nennt. 8, 8. Ich hätte lieber direkt der SS hingeschrieben! Nein! Was brauche ich hier?! Uuuh! Ey, Corny! Bist du eigentlich ein dummer Noob? War uns wohl nicht bei dir? Ey, Spawnbaby! Und- Oh, hallo! Ich bin eine TST! Na, Aussch, wir können Sie mitnehmen, bitte! Wieder für ihre Bestellungsenz! Ja, ich würde einmal getötet werden. Das hintereinander, ohne Kids zu machen. Dankeschön. Alter, wir müssen jetzt abschießen. Conny, kämpfe dein Vaterland. Ich war schon Treffer. Ey, Master, zwei, drei, lass mich doch mal Ruhe auf deinen ATS-T schießen. Ohne Bits, Alter, ich hab es dir verdient. Was machen wir hier, Conny? Ja, warte, ja, ja. Gewonnen. Ja! Sterb da, nein! He, ja, geil. Leider sehen wir jetzt nicht, wie ein Transportschiff zerstört wird. Das würde ich mir noch gerne angucken. Ich bin negativ. Ich bin draußen, ich bin negativ. Oh, wie süß. Ich bin ganz froh, dass ich für den nächsten jetzt positiv geliehen bin. Natürlich. Was? Grimse? Grimse ist jetzt geragequillet. Was, was bin ich? Ich, 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 ich bin natürlich noch da, Leute. Keine Sorge. Ich hab mir nicht, ich hab nur, ich hab nur mein Headshot für ihn gelassen. Es hat eben, es hat eben Wackelkontrolle. Ich will manchmal nur auf den Linken. Oh nein, Conny, du machst jetzt nicht die Scheiß-Abmoderation. Oh, ich hab 15 Headshots gemacht, geil. Du hast jetzt zunächst die DLT neu zu links. So, Leute, ich hoffe, ihr habt's gefallen. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. M könnt ihr mich? Und dann könnt ihr mit uns zusammenzocken. Ja. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und möchte euch jetzt damit auf dieser Endcard begrüßen. Zu einer wundervollen Musik und möchte euch einfach mal darauf hinweisen, dass ich noch mehr Videos gemacht habe als nur Battlefront. Ihr könnt vorbeischauen, wie gesagt, bei der letzten Folge. Ihr könnt aber auch vorbeischauen bei anderen Star Wars Projekten, die ich schon gemacht habe. Ich hab zum Beispiel auch Beforcer an Licht mit euch durchgespielt oder Star Wars Jedi Academy oder Jedi Outcast genauso wie auch Empire at War. All so eine Spiele habe ich auch schon gespielt. Doch Star Wars ist nicht das einzige Thema, mit dem ich mich auch beschäftige. Denn zu mir gehört Total War genauso dazu wie auch andere Spiele. Und da könnt ihr natürlich auch gerne reinschauen auf meinem Kanal. Kann ich euch echt nur ans Herz legen. Des Weiteren würde ich mich auch über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und in dem Sinne, falls ihr mit mir zusammenzocken wollt, Cornelius Drag heiße ich auf Origin. Könnt ihr mich enden. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. In dem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.